Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zurück zum Minecraft Adventure Map. Just Jump mit HD Gamer TV und bunter Abt mit Dynamit in der Hand. Mein Gott, der gefährliche Kerl. Wir sind bei Stage 78, Swim. Schwimmen. So, Freunde. Doch, der Irrsinn beginnt schon wieder. Jawohl. Schwimmen. Nein, vom Wasser abgerutscht. Das war natürlich nicht sehr schlau, Freunde. Aber ich denke mal, es ist leichter, wenn man den mit Eimer nimmt. Oh, da sieht man, hat es schon rüber geschafft. Ich schaffe es natürlich jetzt nicht auf diesen zweiten Turm. Ich versuche, den Momtour mit Eimer zu nehmen. Ja, ich habe es auch gerade mit Eimer versucht, aber irgendwie bin ich trotzdem gerade unten durch. Echt? Oh Mann, ich... Oh je. Sieben, hat es geschafft? Nein, zu spät gedrückt. Ich habe meine Chance. Aber ich habe es geschafft. Ich würde es nicht checken. Sehr gut. Der HD Gamer hat es wieder geschafft. Es ist natürlich das Schwerste, es ist einfach mal auf diesen zweiten Zoom zu kommen. Und auf den ersten Wasserball. Ich weiß, ich weiß, was der Fehler ist. Was war der Fehler? Ich bin zu schnell. Okay, hast du es auch gerade wieder geschafft, verdammt. Ja, ja. Oh, zu kurz. Gott sei Dank. Ich habe es vorhin in der Probe, habe ich es geschafft. Scheiße. Ja. Und während wir jetzt hier gerade noch am Testen, äh, ausprobieren sind, muss ich... Nein! Ich will mal das freudig verkünden. Es gibt einen Release-Termin für Halo 5. 27.10.2015. Geil. Das freut mich ganz arg, auch wenn ich es nicht spielen kann, weil ich keinen Xbox One habe. Das finde ich auch gut. Muss ich wieder Sonderschichten über Weihnachten beim Fabian einlegen. Oh ja, das musst du tun. Oder du gönnst dir halt eine Xbox One, ne? Oh, genau. Aber so teuer sind sie gar nicht mehr. Ach, was ist jetzt los? Vorhin habe ich es ja geschafft, jedes Mal. Ja, aber es ist trotzdem noch genug. Also, ich habe es schon gesehen für 200. 200? Gibt es jetzt auch schon diese Slim... Ach, Quatsch, schlimm, diese, diese... Ach, das gibt es doch nicht! Diese, diese reduzierten, ähm, Varianten mit weniger Speicherplatz und sowas alles oder allgemein? Hm, ich glaube, das war nicht mit den weniger Speicher. Hm. Achso, ich persönlich finde sie diese nicht richtig. Ach, ey, ist mir... Du, Mann. Tut mir leid. Ich kann ja mal kurz bei Amazon nebenbei gucken. Was Amazon denn dazu sagt. Ey, das gibt es doch nicht. Jetzt schaffe ich... Sie war mir erst mit springen. Die ganze Zeit fall ich jetzt gerade so runter. Oh, ich sage euch, Freunde, das ist echt das Schwerste. Ich blicke es einfach nicht. Freunde, die ganze Zeit geschafft. Ich blicke es einfach nicht, weil ich immer abspringen muss. Das hat er schon wieder geschafft, der Loop. Bei Amazon kriegst du eine gebrauchte. Oh, jawohl. 250. Das war jetzt schiefgegangen, beinah. Gut. Hm? Geschafft. Ich bin auch gleich da. Ja, ne, das ist... Oh, jetzt letzter Sprung. Oh, wird der erst schaffen? Jawohl. Das ist mir eher meine Spezialität, das nicht zu schaffen. Okay. Äh, zirb leaning on a wall as you swim can make you jump higher. Okay. Was, was steht da? Äh, also wenn man sich an die Wand anlehnt, kann das dazu führen, dass man... Das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, erster Sprung gefällt. Super. Oh, verdammt. Taste losgelassen. Haben wir die Tür aufgemacht? Ja. Weiß ich nicht. Na gut. Ich nicht. Okay, ich glaube, ganz gut bis jetzt. Oh, hier gibt es eine Strömung. Okay. Muss mal aufpassen. Oh, der hat auf. Oh, ich hänge. Das ist gut. Ah, jawohl. Kam schon, Freunde. Oh, da gibt es auch noch Felder mit Strömung. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Nein! Jetzt habe ich mich ducken gedrückt. Oh, ich weiß, was er meint. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Oh, was? Oh, nein. Holy shit. Oh, nein. Okay, 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 okay. Lustig ist, ich sehe euch gar nicht mehr. Ihr verschwindet irgendwie um die Ecke. Okay. Das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Oh, schätze. Beine, bin ich runtergefallen. Okay, ganz ruhig. Und Sieg geschafft. Nicht schlecht. Nicht dein Ernst, oder? Ich schaffe den ersten Grad nicht. Ich fahre da immer runter. Oh, yes, Freunde. Also, mein Puls ist echt auf 180 Grad. Es ist halt... Ah, ich drücke doch leer, da hast du. Trotzdem falle ich unten durch. Hast du da irgendeinen Special-Tipp? Wo? Ähm, nach der Kurve dort, auf den nächsten Stock zu kommen. Hey, ähm, wenn du dich, sag ich mal, an den Rand stellst, von der, um die Kurve, dann bleibst du am Rand hängen. Dann treibst du dich weg. Also, so war es jetzt gerade bei mir. Oh Gott, ihr Mämmel. Bleib mal an der Wand. Also, ich bin immer sehr nah an diesen, äh, an diesen Schildern, bin ich dir belieben. Dass halt diesen... Diese Boost, ne? Ja, genau. Du kannst theoretisch alles auf einmal durchmachen, wenn du so von unten zu hoch kommst. Ja, ich seh schon. Manchmal ist es richtig großen Sprung nach vorne. Nein! Ach, jetzt drück doch. Und ich fall nach unten direkt durch. Was ist denn das? Gibt es irgendwie, wenn man bestimmte Tiefe erreicht, dass man... Ja, wenn du zu tief bist, dann geht er durch. Also, wenn du von zu weit oben runterspringst. Wie, es geht noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Ich hab den Doppel genommen, jawohl. Sehr gut. Bipi! Oh, shit, Simon. Der und drei. Okay, ruhig, 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 ruhig. Ja, ja. An der linken Ecke. Ja, genau. Ja, äh, gar nichts. Also, sonst, ich hab das jetzt immer genutzt, aber ich bin gegen das Schild gekommen und da bin ich gerade nach unten durchgeflogen. Ich muss sagen, ich würde den gerne noch mal probieren. Also, obwohl ich den gemacht hab, hab ich keine Ahnung, wie. Klingt das nicht. Warte. Oh, shit. Was denn? Ja. Noch zwei. Was war das denn jetzt? Ich bin kurz gesprungen. Alter. Also, ich hab auch keine Ahnung, wie ich den gemacht hab. So, pass auf. Also. Oh, oh, shit. Jetzt bin ich einfach zu weit. Ich kann's dir nicht genau sagen. Hier an der Ecke irgendwo. Hier bleib ich hängen. Muss ich den dritten Sprung machen? Hier bleib ich hängen. Schau. Im vierten Tick oder im dritten Tick? Dritten. Mach ich. Ah, shit. Dann hab ich jetzt zweimal den gleichen Fehler gemacht. Eins. Also, wenn du halt merkst, ist halt genau das. Okay, verloren. Du hast jetzt einmal beim vierten, einmal beim dritten Tick versucht und zweimal durchgefallen. Schade. Ja, wir haben jetzt die Chance, das nochmal zu machen. Okay, was haben wir jetzt? Das krieg ich noch niemals hin, ganz ehrlich. Das war jetzt alles so pures Glück. Was steht da? Ich kann's nicht lesen. Wir müssen alles anwenden, was wir bis jetzt gelernt haben. Was? Stage 80 Flow. Ich komm auch nicht drauf. Wollt' jetzt sagen, das hier und schafft es nicht mehr auf den ersten Turm. Geil. Oh, das ist mies. Hier sind Felder. Also, ihr müsst hier einen richtigen Weg wählen. Was? Ja, ja, sonst ist eben nämlich dort nur ein Einerfeld mit Wasser. Wie der richtige Weg? Ich bin total weit weggetragen worden und auf einmal bin ich unten. What? Um die Ecke springt? Das ist ja, das ist ja auch noch mies. Holy shit, ey. Oh, kann auch so ein Gift schafft. Eins, zwei, drei. Okay, den Weg finden. Also, du musst nur einmal kurz eben wissen, ob du jetzt nach rechts oder links gehst. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein, ist der mies. Oh, leck, ist der mies. Um die Ecke, wie nach rechts oder nach links, was sehe ich das denn? So ein letzter an die Ecke, so auf das blaue, nicht auf dieses grünliche Wasser. Woran erkenne ich das denn, wo ich hin muss? Keine Ahnung, ich habe sicher nur ein Weg gesehen. Du musst um das Ding schwimmen, aber wo bist denn du langgegangen, Maschu? Fuck. Ich bin links, äh, rechts rum bin ich gegangen. Ja, genau. Und wenn du links lang gehst, fällst du nämlich runter. Ah, das ist wahrscheinlich wegen der Strömung, oder? Äh, du sind Felder, habe ich gesehen, die sind nicht komplett mit Wasser ausgeführt. Hey, ey, ich komme da nicht weiter. Jedes Mal, wenn ich bis dahin komme, falle ich nach unten durch. Eins, zwei, drei, vier. Oh, und dann wieder auf die Grasche. Und da falle ich erst mal durch. Eins, zwei, drei. Okay, das muss ich einfach... Alter, nein, das hat nicht geklappt, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Also, ich bin jetzt hier hinterher. Und wenn ich immer auf das eine bestimmte Feld komme, falle ich immer direkt durch. Okay. Hier hinterher ist eine gute Antwort. Wem? Wahrscheinlich dir. Ja. Weil er hinter dir ist, hinter mir ist er nicht. So, und ab hier komme ich nicht mehr weiter. Ich komme jetzt nicht mehr... Immer schön ins Wasser kurz unten eintauchen. Denn hochkommst hast du den Hut. Ach, du bist doch ein Idiot. Einfach, springt einfach weiter. Leck mich doch am Zickern. Oh, Mann! Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Wie komme ich denn über die Lücke? Du musst kurz abtauchen. Wenn du hochkommst, hast du doch diesen extrem großen Boost. Ja, und das reicht. Das hat mir bei mir... Ja, ja, das reicht. Nicht gereicht. Okay. Alter, das ist so abartig. Eins. Okay, Zeit, mir hat noch so geklappt. Und den Schwung mitnehmen. So, das ist echt ein mieser. Nein, nicht zu weit. Nicht zu weit, nicht zu weit. Ja, genau. Eins, zwei, drei. Geschafft, okay. Und den kann ich nehmen. Den kann ich nehmen. Ja, wohl. Bunte. Nee, geht schon. Nein, da kommt eine Strömung. Da kommt eine Strömung. Okay, da ist... Hier ist es vorbei. Oh nein, nein, nein. Da geht es einfach weiter. Nein! Oh, wie ärgerlich. Da kommt er nicht hoch, Mann. Arnold, ich war genau hinter dir. Ich weiß nicht, warum. Ich stand da, hab Schiff gedrückt. Auf einmal macht er einen Schritt nach vorne und ich fall ins Wasser. Oh. Das gibt's doch nicht. Das ist fast der gleiche Sprung wie am Anfang. Oh, Jungs. Wieso bin ich denn da jetzt runtergefallen? Ich bin durch. Geil. Oh, mein fucking Gott. Und du wolltest alle aufgeben, die war... Das stimmt. Ich hab mir vorderein gesagt. Ich geb den Scheiß auf. Ich hab keinen Plan, wie das geht. Eins, zwei, drei, go. Fuck! Sehr ärgerlich. Ich muss ich... Ach, du musst du sagen, mittlerweile... Auf dem letzten Sprung, wenn du auf den Turm gehst, kommt da noch was? Ja. Oder war es das da in einem Grunde? Noch ein Vierer an die Leiter. Was? Also einfach. Der geht nach unten. Also sozusagen Basics einfach nur. Ja, alles klar. Oh, sorry. Simon, ich hätte warten sollen. Ja, ich... Biss hinter mir gelandet. Nein! Wieso? Wieso hat er jetzt nicht den Sprung nach oben gemacht? Ich bin ins Wasser eingetaucht. Komm hoch. Oh nein. Jetzt will er das mal nicht machen. Verdammt. Ach, ist das ärgerlich, dass ich diesen einen Scheiß... Keine Ahnung, warum der Schritt da war. Ja, ja. Das habe ich auch gedacht, als er denn auf den Block nicht gesprungen ist. Oh Mann, das war jetzt dumm. Nein, nein, nein. Komm hoch, komm hoch. Ich hoffe, ich werde von Adventure Map zu Adventure Map immer besser und besser. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Hoffe ich ja auch für euch. Ich hoffe es nur. Ich hoffe es nur. Wie mache ich denn, dass er kurz eintaucht? Einfach kurz... Keine Ahnung. Das macht er irgendwie immer automatisch. Äh, ich schaff's einmal. Lef, hast du los kurz? Oder so. Oh, Simon, das war knapp. Mann, du hast doch das Wasser schon gesch... Ah, ich habe komische Pflanze aufgesammelt. Nein, nein. Oh, wieso war jetzt die da nicht hoch genug? Das gibt's doch nicht. Oh, Gott sei Dank hat das jemand das nicht geschafft. Auftauchen. Hier schmeiß ich nochmal was weg. Aber ich finde es richtig geil. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir an sich. Ach, das ist... Ja, ich fand's auch lustig. Hat auch Spaß gemacht. Oh, Mann! Ärgerlich. Also, das ist... Äh, was? Ich kam nicht heraus! Mit dem Pflanzen! So. Jetzt machen wir es aber. Es reicht es einfach. Weil ich war ja schon fast am Ende. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt diese... Nein! Ach, warum ich zerhitzte mir nicht hoch? Alter, das war jetzt einfach nur ärgerlich. Ja! Oh, hör auf, diese Dinger einzusammeln. Werf die irgendwo hin, dann sammle ich die ein. Die Penner! Nein! Ach, ich... Warum macht er das ja nicht immer? Gibt es was Neues aus der Spielewelt? Ähm, GTA soll wohl doch nicht mehr verschoben werden. Was? Nein! Das soll wohl jetzt ernst kommt fest am 14. Jahr. Naach! Lügen haben kurze Beine. Alter, warum will er es ja nicht hoch? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt. Ja. Weiß nicht, wie lange ist es angekündigt? Zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. Also, wie gesagt, die letzten Meldungen waren... Am 14. soll es endlich raus. Das war jetzt ein bisschen zu gerusht, okay? Wollt sagen, du hast mich überholt. Dann kannst du rechnen, Serverprobleme. Gut, sind nochmal ein Monat. Wie so die typischen Anfangsdinge. Ja, ja. Nein! Wieso hat er jetzt wieder den Sprung nicht... Ich tauche extra nach oben ein. Was ist los? Und wenn er hochkommt, springt er dann nicht mehr ab. Das ist doch kacke. Okay, liebe Zuschauer. Ich konzentriere mich jetzt mal. Ja, das würde ich auch mal hoffen. Geil. Konzentrieren. Einfach mal den ersten Sprung verkacken. Sehr gut gemacht. Jetzt schaffe ich es noch. Aber das war wohl nichts. Mehr gibt es nicht aus der Spielewelt, oder was? Warum? Ich will gerade mal so ein bisschen. Simon, hast du es jetzt geschafft? Nein, ich weiß nicht. Er taucht nicht. Wenn ich untertauche und dann hochtauche, dann sprung ich nicht, wenn ich es selber verursache. Und selber. Jetzt taucht er unter. Komm. Nein! Ach, das gibt es doch nicht. Ach, Mann. Immer an der gleichen Stelle, wenn ich untertauche. 1, 2, 3, 4. Hopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hopp. Was? Oh, fuck. Ein neuer Rainbow Six Teil ist rausgekommen, oder kommt jetzt raus, demnächst. Oh, das geht so. Und nach diesem Teil wird wieder ein neuer Splinter Cell Teil rauskommen. So viel wurde auch schon verraten. Ist nicht erst jetzt der... Oder war das... Splinter Cell war das... Nicht dieser neue, dieser... Ähm, Siege. War nicht das der neueste, oder ist der schon wieder alt? Was haben wir hier im Spiel? Meinst du jetzt? Äh, von, ähm, ähm, Rainbow Six. Das kann ich dir nicht sagen. Ah, okay. 3, 3. Nein. Hey, ich schaff den Sprung nicht hinter das blaue Wasser, Mann. Den schaff ich auch nicht. Ich flieg immer unten durch. Kann man nicht auf den Schildern eigentlich balancieren? Wahrscheinlich nicht. Ja, du kannst irgendwie den Schwung halt mitnehmen. Entschätten. Untertitelung des ZDF, 2020